Was ich noch nie gezeigt hatte, sind diese Geo10-Strahler, einfach weil ich in meiner Wohnung dafür keinen Anschluss habe. Das sind eben solche ganz, ganz kleinen Mini-Strahler. Wenn ihr also Geo10-Fassungen in eurer Wohnung habt und noch keine smarten WLAN-Lampen für diese besitzt, stickt doch gern mal den Link in der Bio und schaut im Shop vorbei.